Knut Camillo, ehemaliger Showmoderator, hat alle Hände voll zu tun. Erst seit einem Monat ein Engel soll er im Auftrag für seinen Chef, den lieben Gott, die Welt retten. Aus dem Mauerblümchen Monika Maulwurf soll er eine liebestolle Amazone werden lassen. Aus dem verlogenen Politiker Peter Pocke einen ehrenwerten Mann machen. Dann erhält er seinen schwersten Auftrag. Der entflohene Massenmörder, Manfred das Messer Macke, soll von ihm gefangen und zur Rückkehr in den Knast bewogen werden.